Und ein Mann starb im ewigen Wald, wo ein Sturm und Strom umbrauste, starb wie ein Tier in Wurzeln eingekrallt, schaute hoch in die Wipfel, wo über dem Wald Sturm seit Tagen über alles sauste. Und es standen einige um ihn, und sie sagten, dass er still werde. Komm, wir tragen dich jetzt, zahlen Gefährte. Aber er stieß sie mit all seinen Knien, spuckte aus und sagte, und wohin? Denn er hatte weder Heim noch Erde. Leben will ich, eure Sonne schnaufen und im Lichte reiten, so wie ihr. Das war etwas, was kein Freund verstand, und sie zitternd vor dem Eklat schwiegen, ihm hielt die Erde seine nackte Hand und von Meer zu Meer im Bündel liegt Land. Und ich muss hier unten stille leben. Ich muss hier unten hin und ich hätte после Eklatans kontakt, deshalb los перепuteten mit einallausch werden. Dieanged ich sich jetzt anschauen und ich halfe mich von ihm. Ich meine, man muss hier zu sehen. Und ich schaue mich von ihm. always Obrigiere ich, ihre membraneijn in der Herr zerwenden Frieden. Und ich bin zu gering auf dieses Buch Marcus. Auch Dein Wurzeln Даже wenn du sehr z Tempi haltet und es aluminium muss. Ich bin grunds 유� Route zeich. und�atique sind von ihnen zu offerings. Leben glücklich, eure Sonne schnaufen und um Licht zu reiten, so wie ihr. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!